Herzlich Willkommen, ist vielleicht euch schon aufgefallen, es ist eine neue Version gekommen, aber nicht 1.21, sondern 1.20.6. Aha, und was ist wohl neu? Das werden wir heute rausfinden. Aber wie viel sind echt geil gesagt, was ich schon lange, lange gewartet habe. Also, ich will euch mal vorstellen, let's go. Also, let's go. Also, es gibt ein neues Tier, würde ich hier zufütteln, darf ich vorstellen, Gürteltier. Oh, süß, wenn du Angst hast, rollst dich ein, schau diese süße Gürtel dir an, aber das ist nicht das Beste, warte mal. Wenn man den Pinsel, kann man Sachen rausholen, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, dann kann ich Sachen, schau, da kann man, für mich Pinsel unendlich viel, ganz unendlich viel, egal, wie oft ich das mache, es ist unendlich. Das ist doch perfekt, weil das haben wir sogar schon 29. Aber der Beste ist, aber wenn man jetzt ein Werkband aufstellt, äh, wie ist das nochmal der Gürtel? Warte, da kann man ein Wolf ausrüstung gräften, darf ich vorstellen, und das, äh, und das ist unser Wolf ausrüstung, das ist doch der Beste, muss ich ehrlich sagen. Ihr habt doch fast vergessen, das ist noch immer nicht der Beste, sondern wir können es sogar fern, und das finde ich auch, mh, geil. Aber wir brauchen jetzt Wasser, oh ja, ja, was da, es ist jetzt alles auf Englisch gestellt, natürlich, weil es eine neue Version ist, und das stört mich ein bisschen, und ich bin es komplett ungewohnt, aber, okay. So, 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 aber die Beste ist, wir können es sogar mit dieser Farbe so eine andere Farbe geben, äh, ja, genau, das ist doch die Beste. Äh, wir wollen doch hier eine andere Farbe, und ich habe eine zweite ausrüsten, so, das ist doch alles Beste, was ich jemals erlebt habe, das muss ich ehrlich sagen. So, jetzt haben wir eine blaue, oder, da können wir auch einen grünen gräften, da können wir einen grünen und einen blauen, aber das ist noch immer nicht alles. Was, was auch neu ist, es gibt neue Wölfe, Arten, Rassen, das ist der allerbeste, es gibt Neopi oben, einen Wolf, fast jeder, das ist Beispiel, ich habe wie ein Tiger aus, und da kann man einfach raufklick machen, vor allem muss man sehen, mal, äh, Knochen, äh, 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 ähnlich, ähnlich, das ist ja die Blösten, ist, äh, 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 wir müssen jetzt mal Knochen suchen, Warte, ich muss kurz überlegen, wo das zu finden ist. Gefunden. Hey Wolf. Ist der Wolf abgekaut? Genau. Na toll. Dankeschön. So, das haben wir gesehen. Und da kann man den Wolf aussehen. Ich finde das schon cooler. Hey Wolf, da bleiben, da bleiben. Seht, schön. Wie findet ihr das? Ist doch geil, oder? Oder man kann auch quetzeln. Warte. Da kann man den Wolf abrüsten. Hey. Achso, man kann nie wieder runternehmen. Äh. Das ist nicht so toll. Warte. Nein, nein. Seht's. Dankeschön. Nein, da kann man nicht. Hä? Okay. Egal. So. Aber das muss man natürlich noch rauslegen. Auf den Biom gibt es eine neue. Das ist also normalerweise, wie gewohnt ist. So. Dann gibt es auch einen neuen Wolf. Schau. Das ist das. Ich finde das auch schön ist. Aber es könnte noch schöner werden. Ich finde das ist auch schön. Aber es könnte noch schöner werden. Nun. Da kommen wir zu 33 Variante. Ich glaube das ist Dschungel. So ein Wolf. Ich finde das ist auch cool. Aber ich finde das allerbeste ist der erste Savanne Wolf. Genau. Okay. Nun. Jetzt sind wir zu Ende gelandet. Warte. Ich blende noch eine Liste mit allen Wolfarten ein. Nur wir können jetzt nicht zu leben. Besuchen und suchen gehen. Äh. Oder spammen. Das wäre viel zur Arbeit. Aber ich habe jetzt auch lieber eine Liste gebastelt für euch. Und da habe ich eben davon eingeblendet. Okay. Ich hoffe euch hat dieses Video gefallen. Weil es euch gefallen hat. Lasst doch gerne ein Like da. Und auch wenn ihr doch gerne ein Gaming magst. Damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt gerne mal in den Kommentaren. Was ist euer Lieblingswolf oder was finde ich am schönsten? Okay. Dann tschau. Machs gut. Und bis zum nächsten Mal.